Das neue Golf-Ressort vor den Toren von Weimar zeigte sich von seiner besten Seite. Am Finaltag der Deutschen Jugendmeisterschaften mit den besten Jungen und Mädchen in der Altersklasse bis 18 Jahre, die sich für herausragende Leistungen feiern lassen durften. Wie Magnus Eschmend, der Führende nach Tag 1, hat am zweiten Tag ein Hall in Wann nachgelegt. Ein tolles Wochenende hier, das hat mir tierisch viel Spaß gebracht und das war natürlich ein tolles i-Tüpfelchen. Auf dem Leaderboard spielte Michael Hirmer überraschend keine Rolle. Der Deutsche Meister der Herren konnte seinen Jugendtitel nicht verteidigen. Ganz stark dagegen Marcel Rauch. Mit einer 65 hatte sich der Berliner in der zweiten Runde an die Spitze des Feldes gespielt. Noch besser am Samstag, Lukas Gras aus Osnabrück. Er spielte mit einer 63-Platz-Rekord und damit die beste Runde des Turniers. Ich habe die Löcher genutzt, wo man die Birdies machen konnte, dann sind die Putts gefallen, dann blieben die Bälle besser liegen. Deswegen, es lief alles zusammen. Ja, und dann natürlich glücklich mit 8 unter, super Runde, super zufrieden dann. Am Finaltag tauchte noch ein anderer Herausforderer auf. Konstantin Unger spielte eine 64 und war mit 10 unter Paar der Führenden im Clubhaus, als die letzte Gruppe auf die 18 kam. Lukas Gras war nach diesem Versuch von der Steinmauer auf der 18 raus, aber Marcel Rauch spielte das Paar zur 10 unter. Und das, wie sein Stechen musste die Entscheidung bringen. Bei den Mädchen durfte sich Maike Schlender über ein Albatross freuen. Eine 2 auf einem H5-Loch, das Highlight der Meisterschaften. Da hatte ich einen relativ guten Abschlag, lag dann noch so auf 150 Meter und die Fahnen stand noch 20, 30. Ich hatte einen 170-Meter-Schlag. Ja, den habe ich dann sozusagen gelocht. In Führung vor dem Finaltag Viviana Krug. Ihre Schwester Samantha war bei den Meisterschaften der Damen gerade Dritte geworden. Aber am Sonntag spielten sich andere nach vorn, wie Marie Kuschke vom Golfclub Stolperheide und Clarissa von Stosch aus Kassel, die es sogar noch bis auf den zweiten Platz schaffte. Eine Klasse für sich. Anastasia Mikan aus Bremerhaven. In Runde 2 hatte sie mit einer 66-Platz-Rekord gespielt und zeigt auch in der Finalrunde keine Schwächen. Mit drei Schlägen Vorsprung holte sich Anastasia Mikan den Titel. Mit Berlin-Wannsee war sie überraschend deutsche Mannschaftsmeisterin bei den Damen geworden. Danach hatte sie die offenen Meisterschaften in der Türkei gewonnen und jetzt der erste große Einzeltitel in der Heimat für die 17-Jährige aus Norddeutschland. Einfach deutsche Meisterin. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, wie soll ich sagen, ist ein Turniersieg. Also ich freue mich einfach total. Bei den Herren im Playoff. Marcel Rauch gegen Konstantin Unger, der mit diesem Birdie-Putt auf dem ersten Extraloch im Rennen blieb. Erst am dritten Extraloch die Entscheidung. Mit diesem Putt durch halb Thüringen machte Marcel Rauch alles klar. Das Paar auf der 18 reichte zum Sieg. Vor dem gar nicht unglücklichen Konstantin Unger. Zweiter? Zweiter von... Zweiter aus Deutschland meiner Altersklasse. Hört sich doch gut an, wenn man das erzählt. Finde ich gut. Das Vorbild des neuen deutschen Meisters ist übrigens kein geringerer als Martin Keimer, dem er so schnell wie möglich als Profi nacheifern möchte. Nach dem ersten Meistertitel für den 18-jährigen Berliner Abiturienten. Bester Jugendlicher in Deutschland zu sein, das ist große Ehre. Und das zeigt mir, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Und das gilt für beide deutschen Meister. Anastasia Mikan und Marcel Rauch.